Hallo ihr lieben Substratis, heute bin ich wieder mit einer Kurzfolge für euch da und zwar sprechen wir heute über Kakteen oder auch Kakteengewächse genannt und ja ich hoffe ihr habt in den letzten Wochen das heiße Wetter genießen können. Ich meine es ist einfach wirklich heiß und es macht keinen Spaß langsam mehr, es sollte viel mehr regnen, die Böden sind viel zu trocken, wer sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat, weiß wovon ich spreche und ja ich, also für mich persönlich ist es einfach, was soll ich sagen, die absolute Hölle. Es ist viel zu heiß und das geht nicht so mir, nicht nur mir so, sondern auch den Pflanzen und dann hatte ich auch letztens eine kleine Story gemacht bei Instagram, da ging es auch um Kakteen und hatte da von meiner Tante den Kaktus geteilt, der erfolgreich vermehrt wurde und hatte euch gebeten mir Fotos zu schicken und da kamen so viele schöne Fotos von einem Kakteen. Dann habe ich mich kurz entschlossen und mache heute eine Folge deswegen über Kakteen. Kakteen sind, ich hätte es gar nicht selber gedacht, ich hätte jetzt einfach gedacht, keine Ahnung, das ist so ein, ja so ein Ding, dass da so ein Kolben, der da aus der Erde wächst, aber es gehört zu den ausdauernden Sträuchern und manche Kakteen sogar zu Bäumen. Finde ich total interessant, aber das ist eher selten, dass das ein Baum ist und eher Sträucher. Hätte man jetzt auch so vom Aussehen gar nicht gedacht, weil so ein Rauch ist ja eher sowas mit vielen Ästen und so, aber man wird immer wieder überrascht. Was auch noch so ein Fun Fact aside ist, ist, dass Kakteen keine Stacheln haben, sondern Dornen. Stacheln haben nur Rosen und die Kakteen besitzen ja auch diese ganzen vielen Dornen und da habe ich mich zu Beginn auch direkt gefragt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, so, was ist es denn jetzt eigentlich und es sind Dornen. Diese Kakteen leben ja auch eigentlich schon ganz schön lange, also wenn man die zu Hause hat, dann überdauern die ja eigentlich alles. Jeden noch zu trockenen Monat überstehen sie und auch hier habe ich mich gefragt, wie lange lebt so ein Kaktus eigentlich? Also, ich weiß nicht, meine Monstera geht auch irgendwann mal in die Knie, wenn sie dann alt genug geworden ist. Das ist ja auch mit Obstbäumen so, dass sie dann auch irgendwann sagen, ja, jetzt gehen wir mal so langsam nach und nach ein. Der Stamm wird marode und die Früchte werden nicht mehr getragen und die Kakteen können richtig alt werden. Es gibt Kakteenarten, die können bis zu 13, 15 Jahre alt werden und dann auch Kakteenarten, die bis zu 200 Jahre alt werden. Das finde ich so spannend. Diese Kakteen werden natürlich auch riesig, wachsen dann auch etwas langsamer. Aber ja, das ist Wahnsinn, was die für eine Lebenserwartung haben. Also, wenn man einen Kaktus schenkt, sagt man ja eigentlich, das tut man nicht. Aber es ist doch eigentlich eher so ein Commitment für was Langanhaltendes, finde ich. Eine unter den Instagram-Followern und Hörern, gehe ich mal von aus, hat uns auch ein Bild von ihrem Kaktus geschickt. Das war die Königin der Nacht und die blühte gerade. Es sah total schön aus. Und ja, dann natürlich Kakteen blühen. So vermehren sie sich nicht nur durch Stecklinge. Ne, es sind keine Stecklinge. Man schneidet oder bricht auf jeden Fall vom Kaktus nur ein Stück ab und dann kommt da unten, also lässt es so antrocknen und dann kommen unten die Wurzeln raus. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt jetzt gerade. Naja, ist auch nicht wichtig. Also sie vermehren sich aber auch über Blüten. Und diese Blüten sitzen meist einzeln oder in Gruppen zusammen. Die können fünf Millimeter klein sein und bis zu 30 Zentimeter groß werden. Manche Blüten sind auch so groß, dass sie schon größer sind als der Kaktus selbst. Das ist total Wahnsinn. Also der Kaktus kann richtig klein sein und dann kommt da so eine riesige bombastische Blüte raus. Und ja, wie lange blüht diese Blüte? Kommt ein bisschen drauf an. Die Kakteen haben sich nämlich teilweise spezialisiert auf die Bestäuber. Und wenn jetzt so eine Blüte nachts aufgeht, das hört man ja Königin der Nacht schon aus dem Namen heraus, dann ist es eine Blüte, die sich angepasst hat und zwar zum Beispiel ein Fledermäuse oder Nachtfalter, die dann nachts aktiv sind und diese Kakteenblüten anfliegen und bestäuben. Diese Blüten sind dann auch nur für ein paar Stunden geöffnet über Nacht und am Tag ist dann gar nicht mehr so viel zu sehen. Vielleicht noch so ein bisschen so, oh, jetzt ist sie aufgeblüht und jetzt verblüht sie gerade wieder. Aber leider eher nur ein paar Stunden. Anders ist das bei den Blüten, die tagsüber blühen. Da haben sich die Blüten oder die Kakteen auf andere Bestäuber spezialisiert und zwar Kolibris oder Beans. Das sind so Beispiele. Es gibt noch viel mehr. Und die Blüten blühen dann auch tagelang. Das ist dann schöner anzusehen und da hat man richtig was von. Ich habe ja gerade schon den Kolibri angesprochen. Also Kolibris haben wir nicht in Hannover oder in Deutschland generell vielleicht im Zoo oder irgendwie so, aber nicht bei uns. Und das ist natürlich dann auch naheliegend, dass die Kakteen dann auch nicht in unseren Balkengarden so richtig wachsen. Allerdings liegt man da falsch, denn die Kakteen sind von Nordamerika. Also Kanada ist so ein bisschen die Grenze für den Norden nach oben. Alles, was in Nordamerika unterhalb von Kanada ist und dann Mittelamerika und Südamerika komplett ist Kaktusgebiet oder Kakteengebiet. Und natürlich Mittelafrika. Das ist auch ein großes Gebiet für Kakteen. Die kommen da alle so her. Die kommen da alle so her. Meine Güte. Genau. Das ist deren Lebensraum. Und ja, dann hatte ich mich noch ein bisschen mit der Taxa, also der Taxanomie auseinandergesetzt, wie das so aufgebaut ist vom Stammbaum her. Es gibt vier Unterfamilien in den Kakteengewächsen und dann setzen die sich, diese vier Familien, in 100 bis 130 Gattungen aus. Also die verteilen sich dann in 100 bis 130 Gattungen. Und diese 100 bis 130 Gattungen haben insgesamt 1.500 bis 1.800 Arten. Die meisten dieser Arten gehören zu den Kaktoi. Ich habe das Wort schon 30 Mal gesagt, aber ich spreche sie immer falsch aus. Kaktoideiae. Genau. Da gehören 85 Prozent der Kakteengewächse zu. Und dann gibt es halt noch diese drei anderen Unterfamilien. Da ist dann der Rest aufgegliedert und aufgeteilt. Bei der Recherche bin ich auf so ein paar Sachen gestoßen, die ich irgendwie wusste, aber auch gar nicht mehr im Hinterkopf so recht hatte. Das war eigentlich eher so, ja, habe ich irgendwo schon mal gehört. Und zwar geht es um die Verwendung von Kakteen. Also ich mache die Folge ja eigentlich, um euch zu sagen, so ja, warum oder wie man Kaktus pflegt als Zimmerpflanze und was man damit so macht. Aber viel interessanter ist eigentlich, was früher mit den Kakteen gemacht wurde. Zum Beispiel haben die Azteken, die hatten so ihre Phase zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Die haben diesen Kaktus, den kennt man auch. Das ist der schöne, große, runde, dicke Kaktus mit den gelben, der hat meistens gelbe Dornen. Den nennt man auch Schwiegermuttersessel. Und der war ein ganz wichtiger Kaktus bei den Azteken, weil die nämlich heilige Rituale damit gemacht haben, also auf diesem Kaktus zelebriert haben. Und zwar, jetzt wird es creepy, also hier ist eine Triggerwarnung. Es wurden Menschenopfergaben, also Menschen geopfert auf diesem Kaktus. Das ist so verrückt, aber okay. Dann gehen wir mal weiter zu den indigenen AmerikanerInnen. Und da wird es ein bisschen entspannter, relaxter. Und die meisten wissen vielleicht sogar jetzt, in welche Richtung ich gehen möchte. Und zwar haben die indigenen AmerikanerInnen das Alkaloid Mescalin aus dem Kaktus geholt. Und jetzt wissen schon wieder einige mehr, worauf ich wollte. Und zwar haben die Leute damals diese halogene Substanz, haluzinogene Substanz, entschuldige, für spezielle Rituale verwendet. Also da war dann der Schamane und der hat dann den Saft getrunken. Und dann hat er natürlich Halluzinationen gehabt. Und da haben die dann den Peyote-Kaktus, den San Pedro-Kaktus und dann noch diesen bolivianischen Stangenkaktus damals gehabt. Das waren so, also das ist jetzt eher dann wieder Südamerika, der bolivianische und der San Pedro-Kaktus. Genau, die haben das dann zu sich genommen und haben dann Visionen bekommen und dann ihrem Völkchen oder ihrem Stamm dann von diesen Visionen erzielt. Also war das dann auch wirklich so ein abgefahrenes Ritual, was sie daraus gemacht haben. Das ist richtig cool. Wichtig an dieser Seite ist noch zu erzählen, es ist nicht verboten, diese Kakteen zu halten. Es ist nur verboten, beziehungsweise illegal, sie zu trocknen und daraus dann irgendwelche Sachen zu machen, also was zu essen. Das darf man nicht machen, aber man darf ihn zu Hause halten, zu Hause kultivieren. Man darf ihn nur nicht irgendwie verarbeiten. Heutzutage verwenden wir Kakteen auch nicht nur als Zimmerpflanze oder Deko-Objekt. Wir haben Kakteen in Getränken. Also um ehrlich zu sein, mein Lieblings-Eistee ist dieser, ich glaube von Pfanne ist der, das ist Kaktusfeige irgendwas, der Grüne heißt das, der ist super lecker. Und dann, genau, Marmeladen, Obst, Farbstoffe liefert der Kaktus. Dann kann man aus dem Kaktus aus so bestimmten Arten, ich weiß jetzt nicht genau welche, Lippenstift machen. Also in Südamerika wird ein trockener, langer Kaktus, also wir hatten ja eben gerade hier schon diesen bolivianischen Stangenkaktus angesprochen, wenn so einer zum Beispiel getrocknet ist, wird der als Bauholz verwendet. Und dann gibt es noch Kakteen, die in der Pharmazie verwendet werden. Und natürlich, deswegen sind wir alle hier, weil er einen dekorativen Effekt in der Wohnung hat und super fliegeleicht ist. Bei meiner weiteren Recherche bin ich dann auch noch auf so eine kleine True-Crime-Story gestoßen. Das ist ja mein Lieblings-Podcast-Bereich. So True-Crime höre ich richtig gerne und deswegen wollte ich es auch unbedingt mit reinbringen. Und zwar gibt es seit vielen Jahren auch immer wieder sehr aufflammend einen Schwarzmarkt für Kakteen. Und da werden dann seltene Kakteen-Arten aus dem Ausland durch Raubbau importiert, nach Europa irgendwo hin, wo halt jemand was haben möchte. Und warum wird das gemacht? Weil Kakteen teilweise so selten sind, dadurch, dass sie langsam wachsen, dass die Nachfrage nicht so hoch ist und der Sammler den unbedingt haben möchte. Oder, dass der einfach auf dem normalen Wege nicht zu bekommen ist, schrägstrich viel zu teuer. Und da hat sich dann dieser Schwarzmarkt etabliert. Das ist auch so ein richtiges Ding. Also das ist Wahnsinn. Und dabei wird dann halt aus dem Herkunftsland der Kaktus aus der freien Wildbahn ausgebuddelt und hierher verschickt. Er muss nicht unbedingt hierher verschickt werden, wie in diesem Fall jetzt. Er kann auch auf einem anderen Weg nach Deutschland in diesem Falle gelangen. Und zwar hat 2003 ein 62-Jähriger ein Jahr auf Bewährung bekommen und musste 1000 Euro Strafe zahlen, weil er 900 Exemplare von 18 geschützten Arten aus Mexiko geschmuggelt hat in vier Koffern. Und das ist in Frankfurt am Zoll aufgefallen oder er wurde rausgezogen. Und ja, der Zoll hat natürlich dann alles beschlagnahmt und dann ist vor Gericht gegangen. Und bei seiner Gärtnerei wurde dann natürlich auch eine Durchsuchung durchgeführt. Und dort wurden 350 weitere Kakteen beschlagnahmt, die illegalerweise auch dort waren. Er hat dann in einem Geständnis auch erzählt, dass er die nicht nur für sich haben wollte, sondern auch für den Wiederkauf eingeführt hat. Da hat er deswegen auch ein bisschen so eine Strafmaßlinderung bekommen. Aber ja, seine Argumentation war auch die allergeilste. Er sagt nämlich, ja, im Herkunftsland ist es eigentlich egal, ob da der Kaktus steht oder nicht. Er hätte sie gerettet, denn sie wären sonst dem Straßenbau oder der Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Das ist natürlich nicht richtig. Er hat aber irgendwo einen ganz interessanten Punkt getroffen. Es ist so und so. Auf der einen Seite juckt es niemanden im Herkunftsland, auf der anderen Seite haben wir hier unsere Regularien. Es ist natürlich schwierig, dann da irgendwie zu sagen, ja, wissen wir, aber hier ist es halt falsch. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie ganz niedlich, das als Argument zu nehmen. Und ja, naja, auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit den Kakteen dann passiert? Die Kakteen stehen nun im Palmengarten. Also die, die überlebensfähig waren, waren natürlich durch den Transport auch ein bisschen beschädigt, wurden dann in den Palmengarten gebracht und dort stehen sie jetzt auch noch. Ein Fakt am Rande dazu zu diesem Schwarzmarkt für Kakteen ist, dass jährlich am Zoll ca. 5000 Kakteen beschlagnahmt werden, die artengeschützt sind. Also es ist wirklich ein Riesending, hätte ich nicht gedacht. Aber hört man auch irgendwie immer wieder mal, so, das ist auch eins von diesen Dingen, so, habe ich schon mal gehört, aber habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das ist genauso auch wie mit diesem Peyote-Kaktus. Habe ich schon mal gehört, dass der halluzinogene Wirkungen hat, aber habe ich auch nicht mehr darüber nachgedacht. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, nochmal mit reinzubringen. Und ja, würde ich auch zum Schluss kommen und über die Pflege erzählen. Der Kaktus steht ja sehr gerne in der Hitze. Und wir denken meistens so, ja, okay, gar kein Problem, stech direkt in die Mittagssonne, der kann das ab, das ist gar kein Thema. Doch, das ist ein Thema. Und zwar muss man auch hier den Kaktus, wie alle anderen Pflanzen, erstmal in diese starke Sonne gewöhnen, vor allem jetzt in unseren aktuellen Monaten. Es ist jetzt gerade Juni, es ist super heiß. Die Sonne scheint ohne Ende, was natürlich schön ist, aber der Kaktus kann auch da Verbrennungen erleiden. Und deswegen sollte man auch hier gucken, was habe ich für eine Art, was braucht die, wie mögen die es am liebsten, kann ich sie daran gewöhnen oder sollte ich es erlassen? Und ja, dann kommt natürlich mit der Sonne auch, dass das schneller verdunstet das Wasser in der Erde. Und hier ist ganz wichtig zu beachten, dass die Erde vom Kaktus einmal austrocknet. Und dann gießen wir richtig durchdringend stark, wie so ein Regenschauer in den Tropen, den Kaktus von oben, aber so, dass halt kein Wasser oben draufsteht natürlich. Und genau, die Erde soll dann einmal richtig klitschnass sein. Und dann lassen wir ihn wieder in Ruhe für so ein, zwei Monate. Es kommt immer darauf an, natürlich, wie es verdunstet. Wenn jetzt halt das heiße Wetter ist, geht das sehr schnell. Bei kleinen Töpfen, bei großen Töpfen kann es auch schon länger dauern. Und dann kann man ja natürlich auch den Kaktus nochmal so ein bisschen so einen Energieboost geben. Und zwar durch regelmäßiges Düngen in der Wachstumsphase. Also das mögen die auch sehr gerne. Man denkt immer so, ah, der wächst ja nicht so schnell, der braucht schon nichts. Doch, der braucht auch was. Der hat nämlich auch schon ganz schön viel zu tun, wenn er da das Wasser speichert und diese Hitze aushalten muss. Dann freut er sich auch über regelmäßiges Düngen. Am besten mit so einem Kakteen-Dünger. Ein Zimmerpflanzendünger wird natürlich auch gehen. Und dann haben wir ja vorhin schon über die Blüte gesprochen, dass der Kaktus auch blüht. Und das tut er in den meisten Fällen. Denn es kommt hier auch natürlich auf die Art drauf an, wenn er eine Winterruhe einhält. Das heißt so, ja, nicht unter 5 Grad, aber auch nicht über 15 Grad zwischen Oktober und Februar. Ich hatte auch ja so einen Schwiegermuttersitzkaktus, den die Azteken damals hatten. Und wie gesagt, ich hatte ihn mal. Ich habe nämlich auch gedacht, ja, cool, wir haben einen Wintergarten hier hinten gehabt. Stellst du den einfach mal raus über den Winter, passt schon, gar kein Thema. Ja, das waren dann minus 10 Grad draußen. Der Kaktus fand es nicht so cool. Und hatten leider die Biege gemacht. Ihr hört aber auch immer von mir, dass der Kaktus oder irgendeine Pflanze eine Biege gemacht hat. Ich habe so viele Pflanzen schon gehabt. Oh, furchtbar. Also die Pflanzen, die ich jetzt habe, die leben alle. Die sind alle happy. Bis vielleicht auf die eine Skandapsus auf dem Kühlschrank, die sehr ignoriert wird. Aber das ist okay. Das ist okay, da leben wir mit. Und genau, wenn ihr einen Kaktus habt, müsst ihr den auch irgendwann mal umtopfen. Also durch das regelmäßige Düngen muss man den auch nicht regelmäßig umtopfen, sondern erst so alle drei bis vier Jahre, weil der auch sehr langsam wächst, hat auch ein sehr langsames Wurzelwachstum. Das heißt, dass der das nicht so schnell ausfüllt. Und da ist natürlich Kakteen und Sukkulentenerde super. Die hat dann Sand drin und schön Drainage und das ist alles auf die Kakteen und Sukkulenten abgestimmt. Da seid ihr auf der sicheren Seite und gut bedient. So, jetzt ist Schluss für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag oder eine gute Nacht, wie auch immer. Immer schön den Finger im Substrat. Pikst euch nicht an den Dornen des Kaktus und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.